Und damit wieder mal herzlich willkommen. Ja, ihr seht richtig, vor uns liegt ein iPhone 4S. Ich wurde in den Videokommentaren nämlich erstaunlich häufig gefragt, ob ich denn ein Video über iPhone 4S machen kann. Ich war persönlich bei jeder Einzelne in dieser Frage etwas misstrauisch, ob das ernst gemeint ist, denn ich bin nicht der Meinung, dass es so viele 4S noch auf dem Markt gibt. Aber okay, wenn sich wirklich so viele Leute eins wünschen, natürlich kann ich ein Video machen, das folgt jetzt hier. Ich mache das hier beispielhaft mit einem iPhone 4S. Das könnt ihr aber nahezu komplett auf das iPhone 4 übertragen. Deswegen mache ich jetzt nicht nochmal explizit eins fürs iPhone 4. Der Unterschied äußerlich sind, dass die Antennen beim iPhone 4S eine unten, das ist ja dieser schwarze Strich, und einer oben ist. Und beim iPhone 4 haben wir beide auf einer Seite. So erkennen wir es außen sofort. Die Knöpfe sind zwar auch noch minimal verrutscht, aber das sieht man nicht, wenn sie nicht direkt nebeneinander liegen. Also wenn oben und an der Seite eine Antenne ist, habt ihr ein iPhone 4S vor euch liegen. Wenn beide an der Seite sind, dann habt ihr ein iPhone 4. Innen drin gibt es auch kaum Unterschiede. Die Akkus passen zwar nicht aneinander, auch die Displays passen nicht aneinander. Die Displays haben minimal andere Haldenasen, die sind minimal verrutscht, aber ihr findet die Schrauben sofort wieder, wenn ihr ein iPhone 4 öffnen wollt. Und der Akku-Konnektor sieht auch minimal anders aus. Dementsprechend passen die Teile nicht aneinander. Ansonsten sind sie innen drinnen nahezu identisch. Aus dem Grund mache ich nur ein Video und nenne das iPhone 4, iPhone 4S Teardown, obwohl wir dann natürlich nur an einem 4S arbeiten. Gut, soweit zur Erklärung. Was benötigen wir alles zur Reparatur? Wir benötigen, auf jeden Fall habe ich mir reingelegt, eine kleine Pinzette, wer weiß, um irgendwas anzuheben. Da sind kleine Blecher und sowas drin. Ein Spudger, ich habe mir zusätzlich noch mal etwas stärkere, straffere Karten hier geholt, damit wir zum Beispiel den Akku ausbauen können, sollte der Akku dieses kleine Blech unten drinnen abreißen, also diese Folie unten drinnen abreißen, was leider sehr häufig passiert. Ein Magnetpad, damit wir meine Schrauben nicht wegrollen. Dann habe ich hier noch mitgebracht zwei Plektren und natürlich einen Schraubendreher. Hier in dem Fall brauchen wir nur einen Kreuzstützschraubendreher und ich habe mir mal noch einen zweiten rausgesucht. Das ist ein Kreuzstützschraubendreher, der hat in der Mitte so einen Punkt, ihr werdet das jetzt vermutlich in der Kamera nicht erkennen oder nicht richtig erkennen, der hat in der Mitte noch so einen kleinen Punkt, der sitzt im iFixit Toolkit, sitzt der an der vierten Spalte ganz links. Dieses Teil habe ich genommen, falls ihr so ein Toolkit nicht habt oder nicht so einen Schraubendreher habt, ist es auch kein großes Problem. Ihr könnt mit einem flachen Schraubendreher auch arbeiten, nur da ist das Arbeiten nicht so schön und wenn man schon so ein Tool hat, sollte man das auch verwenden. Okay, wie gesagt, wir arbeiten an einem 4S. Ich mache hier mal ein bisschen Platz, dass wir hier überall schön rankommen. So, Plektron brauchen wir auch erstmal nicht, lege ich mal hier hoch, da stören sie erstmal nicht weiter. Okay, das Gute am iPhone 4S, unten dran haben wir noch keine Pentalobenschrauben, sondern wir haben schon Kreuzschlitzschrauben. Oh, jetzt geht es gerade an, weil ich das auf den Powerschalter gedrückt habe aus Versehen. Macht nichts, während ich hier unten die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher rausdrehe, soll das ruhig hochfahren, das dauert eh ewig. So, dann haben wir hier eine Schraube, die unten rechts und links, die Schrauben sind gleich lang. Dementsprechend ist es scheißegal, wo ihr die hinlegt. Hauptsache, ihr habt sie nachher noch, damit ihr sie eben nicht verwechselt. So, jetzt warten wir mal ganz kurz, dass wir das wieder ausschalten können, weil sonst, ja, nervt wieder jeder. Wir ziehen zwar jetzt eher als erstes den Akku ab, aber trotzdem, das Handy soll ja natürlich aus sein. Was ich euch auch noch als Tipp gebe, macht gleich den SIM-Karten-Tray mit raus. Da gibt es ja auch so eine einfache Nadel. Ihr habt ja sicherlich auch eine Nadel für eure SIM-Karten. Einfach nur reinstechen und rausziehen. So, sonst stört das nachher, weil wir die Platine ausbauen müssen, um an das Display zu kommen. Gut, so, haben wir das gute Stück hier. Mann, war das noch ein schönes iOS. Super. So, da hat sich nichts geändert. Ausgeschaltet ist es, beziehungsweise wird es ausgegeben. Das dauert ja eh noch ewig hier. So, nachdem wir SIM-Karten-Tray und die beiden Schrauben hier unten entfernt haben, ist es ganz einfach. Wir nutzen das Backcover hier und schieben das einfach nur nach oben. Das war es schon. Und dann können wir das Backcover einfach abnehmen. Das sind einfach solche kleinen Nasen an der Seite dran. Dann schieben wir das nur wenige Millimeter nach oben. Das wird normalerweise durch diese beiden Schrauben hier unten gehalten. Das wäre auch schon alles. Wenn ihr das Backcover tauschen wollt, wie gesagt, jetzt wäre die Möglichkeit, ein neues draufstecken, fertig. Als nächstes haben wir hier inne drinnen ein bisschen Elektronik zu sehen. Wir haben hier unten den Akkukonnektor, den Akku selbst. Ich sehe gerade, der ist bei mir minimal aufgebläht, aber ist halt nicht mehr das neueste Modell. Ich verbau den jetzt trotzdem wieder. Danach, das iPhone, das wird früher oder später sowieso leider das Zeitliche segnen bei mir. Hier haben wir unten an dem Akkukonnektor eine Schraube. Die befindet sich genau hier an dieser Stelle. Neben dieser Schraube ist noch so ein kleines Blech. Das zeige ich euch dann, wenn es ausgebaut ist. Das muss nachher wieder unter das Blech vom Akkukonnektor und muss wieder hier drauf. Das wird dann von hier unten, von dem Backcover zum Beispiel, wird das erst zugedrückt. Das hält dann hier an dieser Stelle. Damit wird das Backcover hinten auch mit, also nicht mit Spannung versorgt, sondern damit wird das, wie soll ich sagen, das wird dann hier runtergedrückt, dass das alles ein bisschen besser passt und dass das alles besser hält und alles drum und dran. So, hier haben wir jetzt diese eine Schraube. Die drehen wir raus. Die Schrauben in den ganzen iPhone, alle, die wir jetzt rausschrauben, sind unterschiedlich lang. Bitte legt euch dann also so eure Schrauben hin, dass ihr nachher wieder wisst, was wohin kommt. Sonst habt ihr hier ein riesiges Problem. Beim iPhone 4 ist vermutlich noch eine zweite Schraube ungefähr auf dieser Höhe hier drin. Da müsst ihr dann gegebenenfalls einfach die zweite mit rausschrauben. Aber das seht ihr ja. Als nächstes nehme ich mir ein Blacktron, gehe unten drunter und löse den Akkukonnektor. Das ist auch schon alles. Der Akkukonnektor ist jetzt frei. Hier haben wir eine dran. Das ist hier diese vier- oder fünfpolische. Je nachdem, ob das hier drüben, mir zu, ja, das sind hier drüben auch noch Anschlüsse. Die sehen anders aus als beim Vierer, aber im Großen und Ganzen ist der an derselben Stelle zu finden. Ist ein riesengroßes Blech. Dann, wie ich schon sagte, hier ist zusätzlich noch ein Blech. Das haben wir jetzt mit der Schraube zusätzlich gelockert. So sieht das ganze gute Stück aus. Da kommt dann später nachher noch wieder die Schraube durch und muss natürlich wieder in dieselbe Position ran. Ich lege mir dieses Blech zu dieser Schraube hier oben. Damit weiß ich, das gehört zum Akku. Eigentlich hat Apple hier sich etwas Geiles überlegt. Der Akku ist hier drüben festgemacht, unten drunter, hier oben und hier oben. Da ist jeweils so ein doppelseitiges Klebeband. Normalerweise ist das so schwach, sage ich mal, dass man hier an diesem Zipfel nehmen kann und den Akku eigentlich anheben kann. In meinem Fall scheint es tatsächlich zu funktionieren. In den meisten Fällen reißt dieses Teil allerdings einfach ab. Und dann seht ihr da. In so einem Fall, ich mache das jetzt mit Absicht mal so, aber wie gesagt, in den meisten Fällen reißt es ab. Nutzt eine Karte. Ich meine, ihr könnt natürlich noch ein bisschen Isopropanol reintröpfeln, dass hier immer ein bisschen der Kleber angelöst wird. Aber gerade bei aufgeblähten Akkus macht ihr immer vorsichtig, das Zeug ist schwer brennbar. Ist vielleicht nicht so eine geile Idee. Könnt die Karte hier auf jeden Fall nutzen. Könnt an der Seite reingehen. Und hier an der Seite ist immer ein bisschen Platz. Alternativ auch hier drüben, wobei hier drüben ist das Mainboard. Das solltet ihr nicht so stark drücken. Geht hier rein, versucht hier unten drunter zu kommen und dann versucht mit der Plastikkarte zu hebeln. Und dann könnt ihr auch den Akku hier rausnehmen. Ihr seht, also selbst wenn das unten drunter bei euch wegreißen sollte, es ist nur an dieser Stelle fest, an dieser hier oben und an dieser hier unten. Und das war es auch schon. Und wie gesagt, falls bei euch das zu straff gehen sollte, macht das bitte unbedingt mit einer Plastikkarte, damit der Akku nicht kaputt geht. Und ja, dadurch halt brennen kann. Das ist schon der ganze Ausbau eines Akkus. Wie gesagt, hier unten beim 4S eine Schraube, beim 4R zwei Schrauben lösen, Akku rausnehmen und da ist es schon. Und hier ist dann diese Folie, sage ich mal. Die könnt ihr dann einfach nehmen normalerweise. Ihr könnt die auch weglassen. Könnt ein doppelseitiges Klebeband reinmachen oder so. Okay, damit hätten wir den Akku auch ausgebaut. Als nächstes wäre nur noch das Display. Ja, wer jetzt denkt, das Display geht genauso schnell, der irrt leider. Denn das Display ist hier eine murzmäßig aufwendige Sache. Wir bauen es in diesem Video jetzt mal auseinander, aber überlegt euch, ob euch die Arbeit noch wert ist. Vor allem für diejenigen, die es zum ersten Mal machen. Es kann zwar nicht allzu viel schief gehen, aber nehmt euch bitte Zeit. Als nächstes, Kreuzschlusschraubendreher wie die ganze Zeit. Wir haben hier einen Konnektor, der geht hier hoch. Der Konnektor hat hier eine Schraube oder der Konnektor selber nicht, aber hier haben wir eine Schraube, hier haben wir eine Schraube, die wir lösen müssen. Dann haben wir hier eine, hier unten drunter, die sehen wir noch nicht richtig, haben wir eine. Vorher hier, die stört mich, aber ich sage sogar ein bisschen mehr, als es mir hilft. Hier unten drunter, unter diesem Indikator ist noch eine. Dann haben wir hier jede Menge Schrauben außenrum. Ihr seht schon, wir haben jede Menge Schrauben zu lösen. Denn wir müssen das gesamte Mainboard ausbauen. Denn ganz clever, wie sie so sind, hat Apple hier solche Schrauben reingemacht. Hier sind drei Stück. In den Ecken sind jeweils vier Stück, also hier ist jeweils immer eine. Und hier drüben sind nochmal drei Stück. Und um an die drüben heranzukommen, beziehungsweise an denen in den Ecken, müssen wir das gesamte Innerei ausbauen, damit wir da rankommen. Finde ich furchtbar dämlich, aber okay, ist ja, ist leider so. Okay, wie gesagt, wir fangen ja an. Ich mache jetzt einfach mal diese Schrauben hier los. Irgendwo müssen wir anfangen. So, da haben wir hier die mittlere Schraube und ich lege mir jetzt einfach das Muster, die lege ich mir so, wie ich sie hier aus der Platine ausbaue, lege ich mir jetzt einfach hin. Das war jetzt ungefähr die Mitte, das heißt, ich lege mir die jetzt hier hin. So, das ist meine persönliche Meinung, dass es so am besten geht, wenn ihr da eine andere Methode habt, nutzt die einfach. Wie gesagt, hier ist noch ein Connector daneben. Das ist so ein großer, dieser Lade-Connector, der ist hier unter so einer Matte, sage ich jetzt mal dazu. Na, gehst du raus. Achso, da ist ja noch eine Schraube drin. Habe ich gerade noch gezeigt, dass da eine zweite Schraube drin ist und dann vergesse ich sie rauszunehmen. Ja, hier ist natürlich noch eine kleine Schraube daneben. Entschuldigung. So, jetzt können wir hier diesen, dieser Abdeck-Plech hier, das können wir jetzt rausnehmen. Das lege ich mir genau in die Richtung, wie ich es ausgebaut habe, hier neben diese Schrauben und jetzt kommen wir an den Connector. Sorry. Und jetzt können wir mit dem Blacktron hier an diesen Connector rein, können den lösen und dann haben wir hier das komplette Kabel. Ich gehe mit dem Connector, mit dem Blacktron dann immer, mit dem Spudger, weil ich gehe ich immer hier unten drunter und löse hier die ganzen Kleber. Das ist nur aufgeklebt. So, und dann kann ich nämlich bis hier rum, hier unten auch noch rum und jetzt kann ich dieses ganze Kabel einfach zur Seite klappen. Ihr seht schon, dass hier unten drunter so eine Klebefolie ist. So, jetzt haben wir hier schon mal ziemlich viel frei gemacht und jetzt können wir als nächstes den Lautsprecher hier unten ausbauen. Der Lautsprecher ist hier drüben mit einer Schraube befestigt und da sehen wir auch so eine Schraube. Diese beiden Schrauben lösen wir wieder. Alles Kreuzschlitz, das heißt alles, was das angeht, sehr schön gemacht. So, hier haben wir eine Schraube, die lege ich mir hier unten hin. Hier haben wir die zweite Schraube. So, auch die lege ich mir auf die andere Seite hin. So, als nächstes können wir den ganzen Lautsprecher rausnehmen. Hier ist noch eine Antenne dran, hier unten, dieses kleine Antennenkabel. Ich hoffe, ihr erkennt das. Kamera, stellen wir kurz scharf, bitte. Nur kurz, das reicht mir schon. Hier ist ein Kabel und dieses Antennenkabel, das ist hier dran, dieses silberne. Da könnt ihr mit dem Spudger an der Seite schön vorsichtig rein und könnt das lösen und dann habt ihr hier die Antenne ab. Ja, und diese Antenne, die könnt ihr einfach hier am Lautsprecher lassen, die bleibt ja auch hier dran, aber dass es halt vom Mainboard gelöst ist. Als nächstes könnt ihr hier unten drunter fahren und könnt diesen ganzen Lautsprecher hier rausnehmen. Das ist das gute Stück. Habe ich irgendwas verpasst? Ne, hier oben ist noch so eine Ecke dran hier, die war hier unten drunter noch unter dem Mainboard. Das wäre der Lautsprecher, falls ihr den erwechseln müsst, wäre jetzt die Möglichkeit. Lege ich mir zur Seite, Lautsprecher. Unten brauchen wir nichts weiter auseinanderbauen, da jetzt kommen wir nämlich schon an diese einzelnen besagten Schrauben hier in den Ecken ran. Hier ist so eine Schraube und hier auf der anderen Seite auch. Das heißt, hier unten müssen wir nichts weiter ausbauen. Falls ihr zum Beispiel mal die Ladekontrolle oder sowas ausbauen wollt, das ist dieses Kabel. Das könnt ihr einfach lösen, das ist alles geklebt. Hier unten drüber sehen wir den Homebutton von der anderen Seite. Auch den könnt ihr einfach rausmachen. Es ist auch alles geklebt, sage ich jetzt mal. Falls ihr das machen möchtet, falls ihr überhaupt so viel Arbeit investieren möchtet. Okay, als nächstes, wie gesagt, wir haben jetzt ja am Mainboard vereinzelte Schrauben gehabt. Die haben wir schon gelöst. Das war vom Lautsprecher die Schraube. Die haben wir auch gelöst, genauso wie die. Das war das Abdeckflash. Gehen wir einfach weiter hoch. Hier unten drunter ist dieses Weiße. Das ist ein Indikator. Wenn Feuchtigkeit drin ist, ist dann nicht mehr weiß, sondern rot. Genau unten drunter sitzt auch noch eine Schraube. Ich zeige euch das mal. Ihr könnt da mit dem Schraubendreher natürlich auch einfach durchstechen. Moment, ich nehme das mal ab. So, ich nehme das jetzt einfach mal ab. Theoretisch braucht ihr den nicht entfernen, aber ich mache es jetzt, damit ihr besser seht, dass hier unten drunter eine Schraube ist. Und hier ist eine. Die lösen wir einfach. Legen die natürlich wieder mit zu unserem Muster. Die war jetzt ein bisschen weiter oben drüber. Ich lege das mal alles ein bisschen weiter runter hier, weil oben kommen noch jede Menge Schrauben. So, jetzt gehen wir weiter hoch. Jetzt haben wir hier oben noch ein Blech, sage ich mal. Dieses Blech wird mit unter anderem dieser Schraube hier festgehalten. Das mache ich mal raus. So, geht auch wieder ein bisschen weiter hoch. Legen wir das hier hin. Dann haben wir unschwer zu erkennen, hier drüben ist noch eine Schraube. Auch die lösen wir. Die war hier. So, dann haben wir hier noch eine Schraube. Ja, an Schrauben mangelt es mit dem 4S nicht. Also, so richtig, ich weiß nicht, ob das richtig gut durchdacht war oder so. Ich habe mir da noch keine großen Gedanken gemacht, ob man das hätte vielleicht auch anders machen können. Auf jeden Fall gibt es jede Menge zu Schrauben. Dann haben wir hier oben noch eine Schraube, hier noch eine Schraube und die können wir dann theoretisch auch gleich schon mit lösen, genauso wie die da hinten. Also, wir haben hier noch jede Menge Schrauben. Ich mache jetzt mal dieses Blech hier ab. Das heißt, diese Schraube hier noch, die hier gewesen ist, so, die lege ich mir hier drüben hin, so ein bisschen weiter hier rüber. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob ich das Blech schon locker habe und ob die Schraube hier oben auch noch zum Blech gehört. Aber ich glaube, die gehört auch dazu. Ich finde das gar nicht. Ja, die gehört auch dazu. Das heißt, die hier oben in der Mitte auch noch lösen. Die gehört auch zum Blech. So, dann kommst du her. Jetzt will die Schraube nicht herkommen. Jetzt, so eine ganz lange Schraube sogar. So, dann können wir die hier hochlegen. So, und dann können wir das Blech aber abnehmen. Tada, endlich mal wieder ein Abdeckblech. So sieht das gute Stück aus. Ja, und wie gesagt, da haben wir die einzelnen Schrauben gehabt. Legen wir das mal hier oben hin. So, das ist jetzt hier für euch ein bisschen oben drüber, aber ihr müsst ja nicht wissen, sondern ich muss dann nachher wieder finden. Und jetzt haben wir hier oben dran diese ganzen Konnektoren. Wie schon gesagt, beim iPhone 4 sieht das minimal anders aus. Aber wenn ihr das öffnet und ihr seht hier oben jede Menge Konnektoren, dann ist auch beim iPhone 4 die nächste Aufgabe, die ganzen Konnektoren zu lösen. Dementsprechend ist das jetzt hier nicht so verdammt schwierig. Bevor ich damit aber anfange, hier haben wir noch eine Schraube und hier haben wir auch noch eine Schraube. Die halten den Vibra-Motor fest. Diese beiden Schrauben baue ich auch aus. So, da haben wir hier eine etwas längere. Ich lege die mal hier rüber. Und hier haben wir noch eine zweite. Auch die lege ich hier rüber. Und wenn mich nicht alles täuscht, kann ich den Vibra-Motor jetzt komplett rausnehmen. Der hat nämlich kein Kabel dran, sondern genau, unten dran zwei Pins. Und diese Pins, die drücken da unten auf diesen Konnektor und dementsprechend gibt der Kontakt. Also den Vibra-Motor kann man relativ simpel hier ausbauen. Okay. Als nächstes kommt jetzt mein Lieblingsschraubendreher zum Einsatz. Beziehungsweise würde ich erstmal die Konnektoren lösen. Genau. Konnektoren, man sieht ja hier alles, was dazugehört. Kamerakonnektor und so weiter und so fort. Ich gehe jetzt einfach rum und löse hier einfach die ganzen Konnektoren. Mal gucken, wo man am besten hier drunter kommt. Ich mache das mit Plastiktool unbedingt. Einmal hier hochgedrückt. Und das wäre dann dieses Teil hier. Auch den drücken wir nach oben. Dann haben wir hier daneben noch einen. Ich gucke mal, der muss nach unten, glaube ich. Genau, dass aber der da nach unten geht. Dann haben wir hier noch einen. Auch der geht nach unten. Und dann haben wir hier noch einen. Ja, Konnektoren haben sie auch nicht gespart, die guten Leute dort. So, ich drücke die alle ein bisschen weiter runter. Die Kamera selber müsste ich jetzt eigentlich auch ausbauen können, wenn ich den Konnektor hier unten löse. Genau. So, dann habe ich auch die Kamera draußen. Die lege ich mir zur Seite. Das ist einfach nur festgehalten noch durch diesen Konnektor, weil wir die Schraube ja schon gelöst haben. Okay, jetzt haben wir soweit alle Konnektoren gelöst. Das lassen wir erstmal dran. Das können wir dann mit dem Mainboard zusammen ausbauen. Das bin ich hier festgeklebt am Akku. Nachdem die Konnektoren hier alle so gelöst sind, oben zwei, nach unten müssen dann drei schauen. Beim 4S, beim 4er sieht es ein bisschen anders aus, aber ihr seht das ja. Dann haben wir jetzt hier meinen Lieblingsschraubendreher. Den nehmen wir kurz raus. Und jetzt, wie gesagt, der Kreuzschlitzschraubendreher mit dem Punkt dazwischen. Denn wir haben hier oben eine Schraube. Ich hoffe, meine Kamera zeigt euch das jetzt so, wie ich das auch will. Kamera, du mal bitte hier hin. Hallo, Kamera, fokussieren. So einigermaßen. Genau. Hier oben drinnen haben wir eine Schraube. In diese Schraube, die jetzt das Mainboard festhält, wird dann später das Blech, was wir hier ausgebaut haben, halt dieses Blech hier oben, das wird dann hier wieder festgemacht. Das heißt, in die Schraube kommt eine Schraube rein. Kamera, ärgere mich heute nicht. Die Kamera hat heute irgendwie so ihre Sorgen. Ich weiß auch nicht. Und diese Schraube selber, dadurch dann auch ein Gewinde inne drin ist, die hat zwar solche Linien drinnen, dass man auch mit flachen Schraubendreher arbeiten kann, allerdings ist das mit dem Ding deutlich geiler. Da geht man nämlich in da rein, und dann passt das perfekt, und dann kann ich das hier wunderschön rausschrauben, und dann hängt die unten dran. Geht viel, viel einfacher, deswegen empfehle ich euch wirklich, holt euch so ein Bit. Geht damit wirklich geil. Okay, so, dann haben wir das. Als nächstes gucken wir mal, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Das SIM-Kartentrail muss natürlich raus sein, aber ich glaube, jetzt haben wir das komplett gelöst. Genau, jetzt können wir das Mainboard komplett nehmen, und können das komplett ausbauen. Das ist das gute Mainboard von einem iPhone 4S. So sieht das ganze Ding aus. Prozessor drin, Speicherchips drin, und so weiter und so fort. Und natürlich die Anschlüsse, die Konnektoren, Akkukonnektor, Ladeelektronik, und so weiter und so fort. Jetzt habe ich hier oben gleich den Gummi abgemacht. Der ist normalerweise hier oben drauf. Egal, lasse ich jetzt erstmal ab. Brauche ich jetzt erstmal nicht abmachen. So, dann haben wir das gute Stück, und so sieht das ganze Ding jetzt von innen aus. Ja, diese ganze Arbeit bis hierhin mussten wir nur machen, damit wir an die Schrauben an die Seite rankommen. Wie gesagt, für mich ein absolutes Konstruktions... Ja, ich hätte jetzt fast ein böses Wort gesagt, das sage ich lieber nicht. Ein Konstruktionsfehler, nennen wir es mal. Weil ich finde, ein Display kann durchaus mal schnell kaputt gehen, und dann muss man die ganze Arbeit machen mit den ganzen Ersatzteilen, um ein Display zu tauschen. Finde ich vollkommen übertrieben. Haben sie ja dann zum Glück ab dem iPhone 5 verbessert. Aber wie gesagt, kann ich euch nicht empfehlen. Also ich finde das nicht clever. So, ich habe mal den Gummi hier oben wieder rangemacht, dass das passt nicht. Das sitzt einfach nur hier auf dieser Kante. Gut, als nächstes können wir nun endlich das Display ausbauen. Das Display selber, wie ich schon vorhin sagte, hat hier unten drei Schrauben. Das sieht man jetzt schön im Video durch diese schwarzen Rückseiten. Eins, zwei, drei. Auf der anderen Seite das gleiche nochmal. Deswegen haben wir auch das Ding ausgebaut. Das heißt hier, hier unten drunter, ihr seht es gerade nicht wegen diesem blöden Plastikding, ich rupf gleich raus. Dann haben wir hier noch eins und hier noch eins. Das sind drei Stück, oder sechs Stück insgesamt. Die brauchen wir nur lockern. Die müssen wir nicht komplett rausdrehen. Die haben nämlich zusätzlich noch eine Unterlegscheibe drin. Die halten nur so eine Nase. Seht ihr dann später am Display. Die braucht ihr also nur lockern, nicht rausschrauben. Und dann jeweils in den Ecken haben wir noch hier eine hinten in der Ecke. Hier unten haben wir noch eine. Und dann natürlich unten das gleiche nochmal. Und die in der Ecke müssen wir komplett rausschrauben. Die sind eigentlich auch gleich lang. Ich lege mir trotzdem immer ein Muster, wie sie gewesen sind. Und dementsprechend mache ich das jetzt einfach mal. Also hier Kreuzschlitz wieder. Ach so, ich sage Kreuzschlitz und habe den anderen Bit noch drin. So, Kreuzschlitz. Und dementsprechend hier reingehen und einfach diese Schraube komplett entfernen hier oben. So, na, komm her. Da ist er. Ich lege mir, wie gesagt, hier immer das Muster. Einmal hier hin. Dann haben wir hier hinten dasselbe noch einmal in der Ecke. Und zwar hier oben. Oben in dieser Stelle. Man sieht hier hinten in der Ecke nur eine einzige Schraube. kann man nicht verfehlen. Auch hier. Einmal hier oben. Lege ich mir auf diese Seite. Wie gesagt, die sind zwar gleich lang, aber ich bin immer ein Freund davon, dass die Schrauben auch wieder in dieselbe Position kommen. So kann man sich nie vertun, sage ich mal. So braucht man sich nicht merken, welche gleich lang sind oder nicht. Einfach wieder in dieselbe Position. Und gut ist, da kann nichts schief gehen. Und dann haben wir die letzte, die unten in der Ecke. So. Das sind die vier Teile, die aus den Ecken kommen. Die mussten wir, wie gesagt, komplett entfernen. Da haben wir jetzt unser kleines Viereck. Als nächstes, wie ich schon sagte, die hier an der Seite sind, die mache ich nur locker. Das heißt, so mal ein, maximal zwei Umdrehungen. Sonst habe ich sie nämlich komplett draußen. Und dann fängt man nämlich hier an, ewig lange diese blöde, diese blöde Unterlegscheibe da wieder rein zu puzzeln. Und das muss nicht sein, weil diese Haldenasen, die wir jetzt hier lockern, die sind oben offen. Und das heißt, wir können das Display jetzt rausziehen, ohne die Schraube komplett rauszunehmen. Und da wären wir ja schön blöd, wenn wir nachher wieder puzzeln. Denn das wäre ja dämlich. Könnt ihr natürlich auch machen. Also das sind normale Schrauben mit Unterlegscheiben, aber ich will mir die Mühe einfach nicht machen. Aus dem Grund mache ich die immer bloß locker. So. Und die letzte. Dann haben wir alle Schrauben. Genau. So. Das wäre es. Das Display ist nun locker. Und jetzt können wir unterschiedliche Punkte nutzen. Einige zeigen, dass man hier drücken soll, irgendwo oder hier zwischendrin. Ich bin von Drücken und Display überhaupt kein großer Freund. Ich nutze einfach einen Blacktron. Dafür habe ich diese Dinger. Gehe hier an der Seite irgendwo lang. Natürlich könnt ihr das auch ganz vorsichtig mit Metall machen, aber Metall kann halt immer sowohl euer Display als auch euer Rahmen zerkratzen. Und ich gehe jetzt einfach inzwischen drinnen rein und irgendwann kommt das Display schon ein bisschen. Da ist natürlich minimal Kleber zwischendrin. Dementsprechend wird das nicht gerade so sehr leicht gehen. Aber irgendwann, ich gucke mal, ob ich eine andere Ecke finde hier. Irgendwann kommt das schon. Und dann, wenn man einmal dran ist, dann ist es überhaupt kein Problem. Ansonsten, wenn es gar nicht geht, mit Wärme wäre noch eine Möglichkeit. Und wenn das auch nicht richtig klappt, dann könnt ihr immer noch Metall nutzen. Als Metall kann ich euch ja vielleicht wirklich mal zeigen, weil bei mir geht es wirklich sehr, sehr schwer gerade auf. Wenn ihr Metall nutzen wollt, nehmt ein ganz dünnes Blech. Hier, ich habe so ein Opening-Tool. Das ist wirklich ganz, ganz dünn vorne dran. Damit könnt ihr hier irgendwo versuchen, zwischen reinzufahren und könnt dann wirklich versuchen, das Display minimal anzuheben. Das ist manchmal wirklich schwer, weil das, ich will jetzt auch nicht so doll drücken. Klar kann man das hier voll in Möhre reinrammeln, dann ist man auf jeden Fall hier dran. Aber möchte ich ehrlich gesagt gar nicht. Nicht, dass ich hier Kratzer ranmache, weil das ist merkwürdigerweise noch sehr guter Zustand. Gut, das Display nicht. Das hatten wir Kratzer hier drauf, aber ist egal. So, mal gucken, wo wir jetzt eine Ecke finden hier. Jetzt bin ich drin. Jetzt bin ich hier zwischen Display und Rahmen und jetzt hebe ich das nur minimal an hier, damit der Kleber sich löst. Und jetzt kann ich hier mit einem Bleck dran rein und kann das hier komplett lösen. Jetzt haben wir ja alle Schrauben haben wir unten drin ja eh schon locker. Dementsprechend ist das jetzt kein großes Problem mehr. So, ich gehe auch nur am Rand lang, nicht so extrem weit reinstechen. Wir haben ja unten drunter trotzdem noch Kabel und sowas, die am Display dran sind. Das sollte ja wenn möglich nicht kaputt gehen. Wäre ja ein bisschen Quatsch. Und sobald man dann den Anfang hat, kann man auch das Display komplett rausnehmen, was hier so knistert, sage ich mal. Das ist der Leim, also hier keine Angst haben. Ihr hört es gerade, flupp, flupp. Und hier kommt jetzt auch das Display komplett aus dem Rahmen raus. So, gucken wir mal. Ne, unten gehe ich lieber nochmal mit dem Bleck dran dran, wenn das Display ja nicht kaputt geht. Ich will es ja in meinem Fall nochmal verbauen. Wenn in eurem Fall das kaputt ist, dann müsst ihr euch jetzt auch nicht so viel Mühe geben. Ne, das ist natürlich immer eine Sache. Das müsst ihr dann für euch entscheiden. Aber ich möchte ja das Display wieder verbauen. Also ihr seht schon, nachdem der Kleber komplett gelöst ist, hier oben muss man dann noch auf die Kabel drauf achten. Die sind hier so reingesteckt. Das sieht man ja, ne, durch diese Löcher hier durch. Ne, da muss man aufpassen, dass man die nicht auszusehen abreißt. So, dann hat man hier den Rahmen, das Display und auf der anderen Seite sieht das so aus, das ganze gute Stück. Da hat man noch den Home-Button von der Seite mal gesehen, ne, hier oben die Frontkamera, die wir noch sehen. Ja, so sieht das ganze Ding aus. So wäre das Display tauscht, beziehungsweise so kann man das Display rausbauen. Ich lege es mal so rum hier hin. Und hier seht ihr jetzt schon, diese Teile, die sind oben offen. Deswegen haben wir die Schrauben nur gelockert und dann konnten wir das einfach so rausziehen. Und die Schrauben hier, die sind, die mussten wir komplett rausdrehen, weil die oben geschlossen sind. Ja, wenn ihr jetzt ein neues Display kauft, kriegt ihr das in diesem Zustand, iPhone 4S hier oben, ne, diesen schönen Konnektoren dran. Hinten dran, ob das jetzt spiegelt oder nicht spiegelt, das sei jetzt diese Sache erstmal egal. Es gibt Nachbaudisplays, die sind hinten dran mit einer schwarzen Folie. Die haben dann halt zusätzlich einfach nur eine schwarze noch zusätzlich oben drauf. Greift nicht wie wild hier drauf, weil das wird als Spiegel für die Reflexion des Lichtes genötigt, damit das alles schön gleichmittisch ausleuchtet. Wobei das jetzt nicht allzu schlimm ist, wenn da doch ein Fingerabdruck drauf sein sollte. So sieht das ganze Stück aus, wie gesagt, so könnt ihr es auch kaufen, falls ihr euer Display mal tauschen wollt und dementsprechend geht es jetzt in umgekehrter Reihenfolge einfach wieder zusammen. Aber ihr seht schon, wenn ich das hier mal so hierher lege, es macht wirklich eine große Arbeit, sage ich jetzt mal, das ganze Zeug hier auszubauen, denn das ist alles, um iPhone 4S Display zu tauschen. Ich finde es übertrieben, aber okay, wie gesagt, wurde ja zum Glück schon verbessert. So, dann tun wir jetzt das gute Stück wieder zusammenbauen. Wie gesagt, wir gehen davon aus, es ist ein neues Display, hier oben haben wir eine ganz große Lücke, da kommen einfach diese Kabel wieder rein, so und so, kommen dann auf der anderen Seite auch passend wieder raus und dann ist ja logisch, hier passen die Nasen ja nur an den Ecken ran. Solltet ihr außerdem ein 4er Display haben und versuchen, das einzubauen, das passt nicht, weil diese Teile hier, diese Nasen an den Ecken, die sind beim 4er minimal verschoben, dementsprechend passt das gar nicht in den Rahmen vom 4S und andersrum natürlich auch nicht. so, jetzt legen wir das hier rein, wo hängt es gerade, hier auf den Connector dann immer achten, hier oben mal diesen weißen Knubbel, sage ich mal, dass der auf jeden Fall mit durchkommt hier, dass man den nicht zusammendrückt. Genau, so, jetzt tue ich das hier rein, für diejenigen, die jetzt sagen, du verklebst das ja gar nicht mehr, ja, ist richtig, ich schraube nämlich in dieses kleine Display 10 Schrauben, damit es hält, 10, da brauche ich keinen Kleber, also tut mir leid, aber da brauche ich keinen Kleber und noch dazu, das iPhone 4S war noch nie wasserdicht, wird also auch nicht wasserdicht, wenn ich einen Kleber verwende, dementsprechend mache ich mir hier die Mühe nicht. Nachdem das drin ist, bin ich immer erst mal ein Freund, diese 6 Schrauben, die ja sowieso schon vorbereitet sind, erst mal wieder festzuziehen, dafür nehme ich das, es ist jetzt komplett wieder im Rahmen drin, nehme ich das, drücke das nach unten, damit wird das Display an den Rahmen gedrückt von unten und drücke das jetzt nach unten und schraube jetzt diese einzelnen Schrauben fest. Ah, jetzt habe ich dieses tolle Glück, jetzt habe ich mir auszusehen eine dieser schrollen Schrauben, die ist mir jetzt hier rausgefallen, das ist natürlich jetzt echt ärgerlich, jetzt kann nämlich hier das Puzzle losgehen, also die Schraube, schraube ich mir dann hier vorne drauf, eine Unterlegscheibe, ach komm her, hier, Baby Unterlegscheiben hier, so, wobei die Schrauben natürlich verglichen mit den neueren iPhones sind die natürlich immer noch bombastisch riesig, an dieser Stelle ein großes Dankeschön an denjenigen, der einen magnetischen Schraubendreher erfunden hat, denn sonst wird man hier echt irre, ich habe jetzt sowohl die Schraube als auch die Unterlegscheibe hier drauf, gehe jetzt hier ran an diesen passenden Punkt und versuche den mit einmal zu treffen, wenn es klappt, ja, hat es zum Glück geklappt, na ein Glück, das ist manchmal ein Gemmehr, sage ich euch. So, drücke ich das runter und schraube das hier fest, handfest wie gesagt, sonst überdreht man natürlich diese Mini-Schrauben auch mal ganz schnell und dann, ja, hat man ein Problem. ich muss dazu sagen, wenn eine Schraube fehlt, dann ist es eben so, also das Display fällt deswegen jetzt nicht raus, es sind immerhin zehn Schrauben, ich muss es nochmal sagen, die hier drinnen halten, bloß dann solltet ihr vielleicht wirklich überlegen, ob ihr in der Mitte nicht vielleicht Kleber reinmacht, falls ihr euch eine Schraube kaputt geht oder wegkommt oder sowas, denn sonst könnte es sein, dass der Kleber, könnte es sein, dass die Schraube minimal, nee, das Display minimal vom Rahmen absteht. So, andere Seite, runterdrücken und auch hier festmachen, dann machen wir hier unten auch runterdrücken und hier auch und dann mache ich die noch in der Mitte und dann haben wir das Display eigentlich schon sehr sicher hier drin, natürlich kommen noch, so wie wir sie ausgebaut haben, die vier Dinger hier außen ran. Jetzt können wir mal nachgucken an dieser Methode, das Display ist wieder richtig gut drin aus, hier oben noch nicht, also noch nicht perfekt, weil hier oben noch die zwei Schrauben fehlen, wobei das natürlich sich hier oben auch nicht rauswählen darf. Passt soweit, das heißt, jetzt kommen als nächstes diese vier Schrauben wieder rein, einmal hier, was ist denn jetzt los, da habe ich einen Frosch verschluckt, schlimm, 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 meine Güte, so, ich mache immer die Schraube hier vorne gerne drauf, wer keinen magnetischen Schraubendreher hat, da gibt es so Magnetisierer oder Demagnetisierer, können das natürlich auch einfach über einen Magneten ziehen, einfach nur diesen Schraubendreher, das, ja, also wer da keinen magnetischen Schraubendreher hat, einfach über einen Lautsprechermagneten zum Beispiel ziehen, es gibt auch solche richtigen Sätze, ja, ich drehe gerade falsch herum, das mache ich mit Absicht, dass die Schraube besser hält, also dass die Schraube besser den Anfang findet, sage ich mal, so, auch die ist wieder fest, ja, diese Magnetisierer und Demagnetisierer, hier habe ich mal so ein Ding, so sehen die Teile aus, kann man einfach den Schraubendreher reintun, wenn er nicht magnetisiert ist oder eben auch, wenn man es demagnetisieren will, hier unten rein und gut ist. Ich verlinke euch mal sowas in der Art da unten, ich glaube, den selber gibt es gar nicht auf dem freien Markt, habe ich zumindest jetzt noch nicht gesehen, aber ich verlinke euch jetzt mal den, den mit da unten, ich muss kurz mal selber gucken, da kommen die rein, genau, ich verlinke euch mal einen mit, falls ihr also keinen magnetischen Schraubendreher habt, dann einfach da reinstecken und dann ist euer Schraubendreher magnetisch. Dann haben wir auch das, ich drücke den Rahmen nebenbei immer ein bisschen mit runter, dass auf jeden Fall die richtige Position gefunden wird. So, letzte Schraube und dann hätten wir es. Na, jetzt? Ne, will noch nicht. Hat noch nicht gepasst. Jetzt passt die Position. Ja, es ist manchmal mit diesen Piepselschrauben ist es manchmal ein bisschen schwierig. So, nachdem wir nun alles wieder festgeschraubt haben und nochmal kontrolliert haben, dass auch der Rahmen richtig überall drin sitzt, können wir nun als nächstes das Mainboard wieder einbauen und dann schauen wir alles, dass man verkehrt herum mal reinfolgt, wie wir es ausgebaut haben, alles wieder zusammenbekommen. Hier oben bei den Konnektoren immer noch mit drauf achten, dass hier dieser Konnektor schön hier drin sitzt, also dass das heruntergedrückt werden kann, dass halt in dieser, wie soll ich sagen, in dieser Wanne drin sitzt. Außerdem müssen die Konnektoren natürlich schön rausgucken und zwei Stück müssen es natürlich sein und die müssen auch beide gleich lang sein, sage ich mal, oder nahezu gleich lang sein, sonst passen sie nämlich nicht mehr aufs Mainboard. Gut, als Mainboard als nächstes haben wir hier oben so eine kleine goldene Nase, so einen goldenen Punkt, sage ich jetzt mal, ihr seht es hoffentlich, dass diese Seite beziehungsweise dieses kleine Steg da hochkommt, kommt unter das Mainboard und hier unten dran haben wir hier direkt unter diesen Konnektoren haben wir hier so einen kleinen metallischen Steg wieder und da muss das Display, da kommt das Mainboard, das wird dann hier unten so angelegt, sage ich mal. Alle anderen Schraubenpunkte und so weiter passen dann nur noch, das geht gar nicht anders. Also, die drei Konnektoren ein bisschen nach unten, die drei Konnektoren ein bisschen nach oben biegen, jetzt das Mainboard so hier einführen, indem man hier diesen kleinen goldenen Punkt beachtet, dass der, wie gesagt, hier richtig schön unter das Gehäuse an der Seite kommt. So, und dann muss hier unten dran, wie gesagt, das Mainboard über diese Lasche, sage ich jetzt mal, das merkt man dann auch, da passt der nur in einer Position, genau, jetzt ist es auch richtig drinnen, das hier ist unten drunter und hier liegt es bündig an und jetzt sind wir an der richtigen Position. Man sieht das dann auch, weil hier überall die Schraubenlöcher, vor allem hier dieses eine Schraubenloch hier, das passt dann ganz genau, das ist dann genau mittig. Wenn das nicht passt, ist euer Mainboard nicht ganz gerade drinnen, da dann bitte ganz genau drauf achten, sonst würdet ihr das Mainboard dann spätestens beim Festziehen dann kaputt machen. Okay, wie gesagt, umgekehrte Reihenfolge geht relativ einfach, wie heißt, ich nehme jetzt erstmal diesen anderen Bit wieder, das heißt, das Ding, dann nehmen wir uns hier diese Schraube, meine Magnetmatte ist zu stark. So, stecke ich mir die Schraube hier vorne ran an diesen tollen Bit, ansonsten mit einem flachen Arbeiten, gerade beim Reindrehen, ihr werdet mit dem flachen fluchen, verspreche ich euch, dementsprechend schaut bitte, dass ihr so einen Schraubendreher auftreibt, sage ich mal, handfest hier reindrehen, an dieser Position habe ich sie gerade reingedreht, sorry, wenn ich gerade mit der Hand davor war. So, dann ist das schon mal drin, dann ist das Mainboard schon mal fixiert, sage ich jetzt mal, jetzt mache ich als nächstes immer die Konnektoren, vor allem die vom Display, damit ich genau weiß, dass hier alles passt. Ach ne, Display kann ich noch nicht, ich muss erst die Frontkamera einsetzen, die hat ja noch diesen kleinen Steg an der Seite dran, also Frontkamera hier reinlegen, nicht direkt auf die Linse greifen, vielleicht dann lieber mit einem kleinen Plastiktool arbeiten, so, und dieser Konnektor hier unten dran, der muss natürlich noch aufs Mainboard gedrückt werden, am besten mit dem Finger in diesem Fall, dann merkt ihr richtig, wann das passt und dann könnt ihr es richtig andrücken. Ihr werdet es nicht hören richtig, aber mit dem Finger merkt man richtig, dass das reingeht. Mit einem Tool ist immer ein bisschen schwierig, sage ich mal. Okay, so, Kamera sitzt, Moment, ne, die sitzt noch nicht perfekt, die muss noch minimal weiter runter, die muss in so eine Art Wanne, sage ich jetzt mal, ne, die passt an einer, jetzt, die passt an einer Position und ist dann auch richtig bündig, ich weiß gar nicht, wie ich euch das jetzt am besten filmen soll, die ist dann richtig bündig mit dem Rahmen, ne, wenn die zu weit aufstehen würde, würde ihr nachher als Backcover nicht mal richtig draufpassen. Okay, nachdem wir das haben, können wir jetzt die Konnektoren anschließen, dann machen wir hier einfach mal die drei Stück, weil die unten gerade sind, auch hier, am besten mit dem Finger empfehle ich euch, das geht am einfachsten, dann spürt ihr, wenn der Konnektor passt und wird nicht auszusehen falsch drücken, sage ich jetzt mal. So, dann haben wir hier noch eins, können wir hier drauf drücken, so, Nummer zwei, okay, hier haben wir jetzt diese Gummilasche, sage ich mal, die vorhin abgefallen ist, ne, die vorhin hier lag, die schützt jetzt diese beiden Konnektoren beim Umklappen, das heißt, wir machen erst diesen großen Konnektor hier, so, und jetzt machen wir noch den zweiten, so, dann haben wir das und jetzt haben wir diese Gummilasche auch gleich die Funktion erklärt, ne, das ist was vorne abgefallen ist, die kommt, es wird einfach hier oben so aufs Mainboard drauf gesteckt. Okay, nachdem wir jetzt die Konnektoren alle dran haben, geht es jetzt in umgekehrter Reihenfolge los mit diesen ganzen Schrauben, die wir da ausgebaut haben, die müssen wir alle wieder einbauen, tja, ist leider so, als nächstes, also Vibramotor mache ich jetzt als nächstes einfach mal. Vibramotor geht ja nur in eine Richtung, sonst würden die Konnekte nicht richtig reinpassen, der Motor selber muss nach unten schauen, das heißt, das kommt hier drauf, da wird so leicht schief eingebaut, sage ich mal, das seht ihr dann auch bei den Schraubenlöschern, sage ich mal, weil hier oben ist eine im Plastik, halt, hier geblieben und eine ist hier im Rahmen, das geht eigentlich nicht anders, wie gesagt, leicht schief ist der dann drin, minimal, aber das ist kein Problem. So, jetzt haben wir erstmal die große Schraube, die kommt dann durch das Plastik bis in den Rahmen rein, halt, ich habe den falschen Bit noch drin, so, ich brauche natürlich den Kreuzschlitzer, sonst kann ich hier mit der Schraube nichts zu erführen machen, so, jetzt gucken wir mal, dass das hier passt, hier kommt die große Schraube rein, und handfest, so, reicht vollkommen. Es ist zwar ein Vibramotor, da darf nichts, also da darf nichts noch mehr wackeln, komisch, dass ein Vibramotor nicht wackeln darf, nein, aber ihr müsst aufpassen, nicht zu fest, sonst überdreht ihr natürlich diese kleinen Schrauben. So, auch hier machen wir die kleine Schraube noch in den Rahmen rein, so, damit ist der Vibramotor wieder fest und er kriegt ja automatisch Kontakt von unten, da wir ja dort diesen kleinen Connector auf dem, ja wie soll ich sagen, auf dem Flachbandkabel da unten halt haben. Okay, hier oben sehen wir jetzt schon relativ gut aus, das heißt, hier oben kann als nächstes das Blech hier drauf, weil hier oben die ganzen Konnektoren, die passen, da könnt ihr auch nochmal nachdrücken mit der Hand, dass es überall wirklich schön drauf ist, als nächstes wie gesagt dieses schöne Blech. Das ganze Blech schützt natürlich die ganzen Konnektoren und ist gleichzeitig dafür zuständig, dass die Konnektoren sich nicht von selbst lösen können. So, jetzt gucken wir mal, genau, einfach nur so drauflegen und jetzt sehen wir hier schon die einzelnen Schraubenlöcher, die wir haben und die ganzen Schrauben, die wir ausgebaut haben, haben wir uns ja in dieser Reihenfolge da oben auch wieder hingelegt. Das heißt, ich fange jetzt hier oben einfach mal an, das war die oberste. So, ist auch wieder so eine monster, riesige Schraube hier, die drehe ich jetzt hier rein. Na, das will ich nicht. Komm her, hier, du musst da rein. So, jetzt ja. Manchmal wollen sie nicht. Handfest, wie gesagt. Fangen wir an. So, die ist ganz rechts, die Schraube, da suchen wir uns jetzt hier das rechte Loch daraus. Hi, das rechte Loch. So, dann gucken wir mal, dass wir das hier rein kriegen. So, dann haben wir hier noch eine ziemlich weit oben, das müsste dann neben der Kamera gewesen sein. So, da haben wir dieses Löchel. Auch die passt wieder rein, wer hätte es gedacht. Und dann haben wir noch die hier, die war die recht untere Schraube für dieses Blech. Ihr seht schon, wenn man das nach diesem Muster hinlegt, wie das Blech auch gewesen ist, kann eigentlich nichts groß schief gehen, sage ich jetzt mal. Da kann man halt nichts falsch machen. Und das empfehle ich halt jedem, der das zum ersten Mal vor allen Dingen macht, macht das so, sonst habt ihr da wirklich ein Problem. So, jetzt haben wir noch dieses Blech und dann hätten wir das. Jetzt haben wir hier oben das ganze Blech fest, funktioniert auch, hält auch und dementsprechend, ja, können wir jetzt weiterarbeiten. Das hier war ein Mainboard dran, diese eine Schraube. Das war da, wo dieser weiße Kleber oben drauf, dieser Indikator gewesen ist. Den habe ich zwar jetzt in meinem Fall entfernt, aber auch nur, damit ich das euch ein bisschen besser zeigen kann. Ihr könnt es ja drauf lassen, der würde dann einfach wieder mit reinkommen. Der kommt an dieser Stelle rein hier. Gut, dann haben wir dieses Blech. Das Blech selber kommt natürlich dann erst drauf, wenn wir diesen Connector hier unten angeschlossen haben. Das machen wir einfach mal. Ne, das können wir noch nicht machen. Wir müssen erst den Lautsprecher einbauen wegen dieser einen Schraube. Das heißt, hier haben wir unser Lautsprechertool mit der Antenne. Die Antenne dürfen wir nicht vergessen, nachher wieder anzuschließen, sonst sieht es mit Empfang schlecht aus. Und dieses Lautsprechertool, das hat hier an der Seite neben der Antenne so eine Nase. Und diese Nase muss erst eingeführt werden hier unten und dann kann das so, das sage ich mal, so reingedreht werden. Und dann könnt ihr das ganze Ding hier reinbauen. Das ist auch mal ein bisschen Freemail-Arbeit, sage ich mal. In der Not nehmt ihr das erst rein und dann das Mainboard oben drauf. Das geht auch. Aber das kriegt ihr mit der Zeit dann schon raus. Da müsst ihr ein bisschen basteln, sage ich jetzt mal. Das passt nur in eine Position. Jetzt selber mal kurz schauen. Ne, bei mir passt es noch nicht 100%. Ich nehme es mal ganz kurz raus aus der Kamera, dann kann ich das ein bisschen besser sehen. Wie gesagt, das wird unten so eingedrückt. So, genau. Passt jetzt hier unten rein und jetzt machen wir rechts und links noch die Schrauben rein, damit das alles noch ein bisschen fixiert wird. Dafür haben wir diese Schraube für die rechte Seite. Ja, Blacktron. Bleibt mir schön hier liegen, wenn wir das Blacktron noch entgegenkommen. So, dann haben wir hier unten einmal diese Seite für die metallische Lasche und dann haben wir auf der anderen Seite noch, halt, habe ich das richtig? Moment. Ja, doch, passt. Ich habe jetzt gedacht, das ist wieder rausgekommen. Das sah jetzt hier so aus, aber hat gepasst. Gut. So, dann gucken wir mal. Na, hier geblieben. So, die letzte Schraube für da unten. Da tun wir wieder das Kabel ein bisschen zur Seite und dann kommt hier drüben in die Ecke, wo wir einmal gerade eben die Ecke umgelegt haben, von diesem Lautsprecher, da diese Nase, die haben wir um diese Schraube herumgelegt und dann das Mainboard jetzt zusätzlich noch fixiert. Nachdem wir die jetzt drinnen haben, können wir auch das Flachbandkabel wieder hier drauf geben. Man sieht das ja am Muster schön, wo man das lang nehmen kann und dann hier oben natürlich wieder mit dem Finger. Ich nehme es mal in die Hand, das ist ein bisschen einfacher für mich. So, mit dem Finger schön drauf machen, dann hier runter streichen. Der Restkleber reicht. Ihr könnt das neu machen, macht aber im Normalfall keinen großen Sinn, weil von oben kommt das Backcover drauf. Wohin will dieses Flachbandkabel? Ja, also ich nehme jetzt immer den Rest, der hat noch nie Probleme dazu gehabt. Okay, jetzt können wir als nächstes den, oder als vorletztes, müssen wir ja schon sagen, diesen Connector wieder hier drauf machen. Also nicht Connector, sondern dieser Abdeckblech. Dann haben wir hier einmal die rechte Schraube davon. So, die kommt natürlich auf die Seite rein. Einmal hier, an dieser Stelle. Und das ist die linke Seite von dem Blech. Und die kommt natürlich dann logischerweise hier drüben in den Rahmen rein. So, dann haben wir auch diesen Connector wieder richtig schön straff und fest dran. Also Akku und so weiter sollte problemlos wieder funktionieren. Als nächstes machen wir den Akku an sich. Ich selber nutze jetzt hier den Restkleber, der reicht für meine Zwecke vollkommen aus. Also, ja, ihr könnt jederzeit doppelseitiges Klebeband nutzen oder sonst irgendetwas. Ich schaue mal, das ist hier dieses Blech. Ne, das habe ich so rausgerissen gerade. Das geht nicht mehr rein. Ich könnte es natürlich einfach unten drunter legen. Da könnte sich der Nächste dann drüber freuen, damit er denkt, oh, schön, das ist noch drin. Und dann zieht er es an und dann hat er es in der Hand. Aber nein, so ein Arsch bin ich nicht. Ich nenne das jetzt raus. Das hat mich vorhin einfach so sehr genervt. Das ging gar nicht. So, Akku wird einfach nur hier reingelegt, passt ja nur in diese Mulde rein. Und bevor wir jetzt diesen Konnektor festmachen, haben wir ja gelernt, wir müssen noch dieses Blech da rein machen. Und dieses Blech selber, das haben wir uns hier rüben hingelegt, das sieht so aus und muss auch in diese Richtung reingemacht werden. Das heißt, dieser Pin, sage ich jetzt mal, das ist da, wo ich mir der Pinzette anfasse, da kommt die Schraube rein und dann wird das nach, diese Nase geht nach oben Richtung Kamera. Das legen wir uns jetzt einfach hier unten rein und wird dann, wie gesagt, durch den Akkukonnektor erst befestigt. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das hier neben dem Kabel schön reinbekomme. Moment. Ach, ich bin ziemlich weit weg von der Arbeit, muss ich dazu sagen, damit ich das euch ein bisschen besser filmen kann, habe ich mir das heute jetzt alles auf die andere Seite des Tüches geschickt. Ich bin jetzt, meine Hände sind komplett ausgestreckt jetzt in diesem Moment. So weit weg bin ich von der Arbeit. Jetzt habe ich es gerade wieder rausgezogen, ganz klasse. Antenne habe ich gar nicht angeschlossen. Oh, das ist schlecht. Antenne müssen wir natürlich noch anschließen, da ist ja hier dieses Antennenkabel und genau unter dem Antennenkabel, wo es gewesen ist, da ist ja dieser kleine runde Anschluss, dieses Koax-Anschluss. Genau da drauf muss der mittig draufsetzen runterdrücken, sage ich mal. Ihr könnt alternativ auch Pinzette benutzen, damit könnt ihr das festhalten, wohin das muss und dann nutzt ihr und spudgen zwar die flache Seite und drückt das Ding dann an. Auch das ist möglich, Moment, ich selber erstmal kurz schauen, die muss ein bisschen weiter runter. Je nachdem, ob ihr solche riesen Pranken habt wie ich, manche Menschen nennen das Hände oder ob ihr normale Hände habt, wenn ihr normale Hände habt, dann geht das natürlich auch mit der Hand, aber wenn ihr solche riesen Hände habt, dann ist es so schöner, wenn ihr das mit der Pinzette festhalten, dann einfach draufdrückt. Das muss richtig einrasten, ist jetzt auch eingerastet hier und dann hält das auch. Das ist dann auch sehr fest. Genau, hätte ich fast vergessen. Gut, dass wir es noch gesehen haben, sonst hätte ich nachher keinen Handyempfang mehr gehabt. Ob mir das jemals aufgefallen wäre, weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, ob das Handy noch mal eine SIM-Karte in ihrem Leben bekommt. So, dann kommt dieses Blech hier drauf. Wie gesagt, hätte ich vielleicht Assessor, jetzt, ich habe den Connector ein bisschen hochgehoben. So, das Blech, ich richte das immer hier nach dieser kleinen Schraube aus, damit ich halt das Schraubenloch dann hier schön da drin habe. Als nächstes mache ich hier diesen Connector hier runter. Dann nehme ich Plastik, weil Strom muss ja nicht sein, dass da irgendwas kaputt geht. Ich muss es aber noch mal rausnehmen. Ich muss es noch mal kurz rausnehmen, weil der Connector hier, da ist so eine Kante hier drin. Und diese Kante, die muss an dem Akku runtergebogen werden und erst dann passt der Connector. Und das war jetzt hier gerade oben, das hätte nicht gepasst, da hätte ich das Blech ja nie richtig rein gekriegt. Genau. Also, Blech reinlegen, ich halte es jetzt mal mit der Hand fest. Jetzt können wir das hier reinlegen, so, ein bisschen andrücken und jetzt können wir den Connector auch runterdrücken und das wird jetzt gleich alles noch mal ein bisschen fixiert durch die zusätzliche Schraube. So, Blech sitzt wieder an dieser Stelle, kann dann hier so runtergedrückt werden und hier muss jetzt wie gesagt noch die letzte Schraube rein. Da muss man sich dann immer ein bisschen behelfen. Das ist bei jedem Handy minimal anders. Mal spannen es mir ein bisschen mehr, mal nicht, mal erwischt man es gleich richtig und so weiter und so fort. Das ist, da müsst ihr dann immer ein bisschen schauen. Aber wenn man weiß, wo das hinkommt, ist ja denke ich mal das größte Problem schon mal geklärt. Okay, so sieht das ganze iPhone 4s einmal auseinandergenommen und wieder zusammengesteckt aus. Wir machen natürlich das Backcover wieder zu. Das hat hier unten diese beiden Nasen dran. Die Nasen werden jetzt zum Schrauben gemacht, also kann man eigentlich nicht falsch machen. Das heißt, minimal weiter oben ansetzen, so, dass das passt und dann einfach nur zuschieben. Dann haben wir es schon an der richtigen Position und dann natürlich noch hier unten die beiden Kreuzschrauben wieder reinmachen. Wie gesagt, beim iPhone 4 und 4s sind es noch schöne Kreuzschrauben halt hier geblieben. So, hier geblieben, habe ich gesagt, wird der Akku hier die ganze Zeit die Schraube die ganze Zeit abhauen. Auch hier, ihr habt gesehen, das sind nur ganz kleine Schrauben und ganz kleine Halterungen. Ganz vorsichtig also festmachen, sonst haben wir da ein Problem. Ist ja nichts, wenn ihr das Backcover dann nicht mehr festbekommt. Okay, das war auch das ganze Ding. Zum Auseinandernehmen und wieder zusammenstecken. SIM-Karten-Try fehlt noch, der kommt noch hier rein, auf dieser Seite war das. Plopp, dann hätten wir das auch. Und jetzt schauen wir mal, ob das gute Stück noch was sagt oder ob es denn kaputt ist. Und ja, ein Apfel zumindest zeigt es mir schon mal. Eine Birne ist es noch nicht geworden, aber ansonsten war die Reparatur vermutlich erfolgreich. Wir warten mal noch, bis es hochgefahren ist, wer das noch sehen will. Und dann touch ich noch mal drauf rum, wie der Komplett-Test bei einem iOS-Gerät funktioniert. Das habe ich euch bereits in einem extra-separaten Video schon mal gezeigt. Das machen wir jetzt hier nicht noch hinten ran. Das Video ist lang genug. so liebes iPhone, du könntest langsam und sicher mal fertig werden mit Starten. Ich lasse das aber voller Lernstärke drin, weil ich vergesse das eh rauszuschneiden. Und ja, warum eigentlich nicht? Es hat sich überhaupt nichts geändert zwischen den iOS-Versionen. Also ich weiß nicht, warum das iPhone... Oh, und schon ist es da. Oh, Mann, ging das schnell. So, jetzt ein großer Touch-Test. Wow. Ja, das wäre auch schon der ganze Test, den ich jetzt hier durchführe. Wie gesagt, wer den Komplett-Test sehen möchte, ob hier alles funktioniert, der guckt sich das separate Video an. Ich bin soweit zufrieden. Display displayt wieder und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es war das komplette Zerlegen und Zusammenbauen von einem iPhone 4 beziehungsweise 4S. Wie gesagt, die beiden unterscheiden sich nur sehr minimal. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und habt noch Spaß mit dem iPhone 4 oder 4S. Ich hätte, wie gesagt, nicht gedacht, dass noch so viele Anfragen kommen diesbezüglich. Aber okay, gerne. Ich lege dieses Handy jetzt leider wieder in meine Restekiste, denn ich kann damit leider nichts mehr anfangen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut.